E-Leute, es gab Zeus hier. Willkommen zur weiteren Runde mit Golf, äh, weiteren Runde Golf, jetzt hab ich's geschafft, mit der Lynn. Hi! Und heute spielen wir ein Dino-Level und wir gucken mal, was rauskommt. Du sagst zwar immer gleich hi am Anfang. Ja, ich hab was trainiert, weißt du? Ich find's doch voll süß so. Hi! Oh, danke schön. Geht schon los? Ah, es lädt schon. Ah, okay. Es lädt, ja. Willkommen in einem Aztekenland. Und Majas Gold und so weiter finden sie hier, äh, viel Spaß. Voll die coole Puppe da im Hintergrund, gell, diese komische, äh, diese Puppe, ich mein, äh, ihr wisst schon. Okay, Loch Nummer 1, das kennen wir sogar schon, weil wir es einmal angespielt haben, dann ist er dann zusammengestürzt, das Ganze. Dann ging da nix mehr, ja. Dann ging da nix mehr. Du hast damals ein Hole in One geschafft, schaffst du's diesmal wieder? Ich bin gespannt. Denke nicht. Nein. Oh, ich da fast, aber, ja, das war's wieder. Hm, ist gar nicht so einfach. Ich probier's. Oh nein, wieder zu viel. Hui! Hui! Ein bisschen zu viel. Verdammte Kacke. Ist auch volles fiese Loch, by the way, gell, man zu viel energiert, rückt man raus. Ja, erstes Loch halt vor allem. Gell, viel zu übertrieben. Mann! Nein, nein, oh! Ich muss echt ein bisschen weniger machen. Hallo, Lin, wie geht's dir? Auch ganz gut, und dir? Jo, mir geht's auch gut. Wusstest du, dass du auf meinem Gaming-Kanal ne Playlist bist? Ja, das hast du gesagt. Das hast du erwähnt. Das heißt... Hast du geschafft? Wie viel Energie hast du gemacht? Ähm, so zweieinhalb. Zweieinhalb? Hm. Tatsächlich. Dankeschön. Gerne. Wir sind so lieb zueinander, ne? Ja, natürlich müssen wir ja auch. Wir sind ja eben ein Team. Oh Gott, das war ein bisschen zu viel mal wieder. Ich bin heute irgendwie nicht gut in Form. Normalerweise hau ich dich ja mal voll in die Tasche über sowas. Oh Gott, das war zu wenig. Hallo. Wo bist du? Da bist du. Hi. Genau, das heißt, falls ihr mal Bock habt, ähm... Was ist denn los jetzt? Okay, ich bin heute echt nicht in Form. Du bist schon wenigstens schon mal oben, gell? Ja. Nein! Ich brauche noch mehr. Aber das sind auch komische Löcher für den Anfang. Das sind sehr komische Löcher, ja. So. Okay, ich hab's. Ich auch gleich. Oh, schade, wäre das schön gewesen. Hm. Ja, das heißt, falls ihr Bock habt, mal nur Videos mit mir zusammen und Lin zu sehen, dann könnt ihr auf die Playlist Zinn anschauen, also Zinn sowie C und Lin zusammen, der Hashtag-Name von uns. Und dann könnt ihr sehr viel Spaß haben, wie ich da und Lin auslache, weil ich ständig gewinne. Aber heute sieht echt gut aus, gell? 14 zu 9. Was ist hier los? Könnte es das erste Mal sein, dass du gewinnst sogar? Wow! Das wär cool, ich hab tatsächlich nicht geübt. Ich auch nicht, nein. Ähm... Ich denk mal einfach nur rüber, oder? Okay. Und du schaffst es natürlich wieder sofort. Äh... Ich glaube, wir müssen doch da nicht hin. Vielleicht müssen wir aber nach oben. Oh, ich muss hier weg. Achso, die können mich nicht berühren. Ja, man muss da hinten durch, glaube ich, weil da war irgendwas gerade. Wow, das war zu viel. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Vielleicht da hoch? Hä? Hä? Wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Aber ich seh, da ist was, gell? Da drüben links. Wow! Ich werd weggedrückt. Achso, ja, ja. Hast du es gefunden? Ne, ich seh, ich seh, was du meinst. Okay, ich hab's geschafft, da hinzukommen, wo ich hin wollte. Das ist schon mal nicht schlecht. Äh, zu wenig Energie. Lande ich jetzt? Äh, ich bin drüber getrieben. Die Kugeln schlieben mich an. Dankeschön. Äh... Das geschafft! Ja, du bist ja auch blöd. Ich weiß. Das sagst du mir immer, wenn ich irgendwas schaffe. Juhu! Ich komme! Ich komme! Ja, ich komme! Und... Ah! Ja, da lachst du wieder, gell? 14 zu 22. Sieht echt nicht gut für mich aus. Aber ist noch nichts gewonnen. Äh... Boing! Nein, ich hab's nicht geschafft. Immer, wenn ich das konnte. Äh... Ich roll wieder runter. Na, klasse. Schade. Hoppala. Du bist runtergefallen, Lin. Das war nicht gut. Ja. Ja, ich geb mir aber Mühe. Das weiß ich doch, dass du Mühe gibst. Das hab ich schon wieder nicht geschafft. Das ist ein blöder Baum. Nee, nee. Der macht das schon gut so. So, jetzt muss ich nur einen richtigen Moment reinkommen. Ah! Oh! Ah! Ja! Ich bin drinnen! So! Jetzt schauen wir mal Lin zu, was sie da so macht. Ob sie es kann. Zu wenig. Nein, nein. Stopp, 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 stopp! Das passt schon. Juhu! Keine Sorge. Oh, jetzt ist das wieder so blöd von der Perspektive. Ja. Aber ich glaub das... Ah! Ich hab's halt nicht gesehen. Oder? Was? Nee, ich roll runter. Aber mit einem Affenzahn. Wahnsinn. Juhu! Ich weiß nicht wie schnell ich war. Wahnsinn. 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 Ja, ist echt erstaunlich. By the way, das ist das letzte Level. Dann haben wir das Spiel durch. Tatsächlich. Es sei denn, man kann weitere Levels freischalten. Aber ich glaube nicht. Leider. Ja. Es gibt bestimmte Workshops noch welche, aber die müssen wir halt vorher testen. Was für ein Ding? Äh, es gibt ja den Steam Workshop. Also man kann... Von, von Leuten wahrscheinlich sich irgendwas runterladen. Ach, dass man selber welche baut. Geht so ein Crater-Modus oder was? Wär schon voll cool. Ja. Vielleicht könnten das gerade Zuschauer was bauen für uns. Das wär supi. Das wär echt cool. Geh? Das sind extra Zinn-Maps. Ich bin immer noch vor dir. Ja. Ja, 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 ja. Oh, Wasser, yay! Ich mag die Wasser-Maps. Wow. Das ist echt cool. Juhu! Ich plätschere da hin. Hallo. Ich bin genau bei dir. Hallo. Ich werde dich verlassen. Aber ich raue noch wieder zurück, also. Ja, selber schuld. Äh, da. Okay. Oh. Oh Gott. Und jetzt mit Sprung dann so rüber. Das wird wieder sehr interessant wieder. Ich brauche mich jetzt erstmal da hin. Ja, ja, klar. Selbe Taktik. Hm. Mach mal so viel. Ach, das war ein bisschen zu wenig. Hallo, Lin. Hohoho. Wie du hüpfst. Huihi. Ja, das hast du zum Hüpfen, oder? Nee. Ja, nicht wenn man raus ist. Ja. Huihi. Ach, immer noch zu wenig. Scheinbar müssen wir echt Vollgas machen sogar. Ja. Aber ich trau mich nicht mit Vollgas. Dann fliegen wir bestimmt rüber. Das ist doch jedes Mal so. Ja, das ist immer so. Ich mach mal so. Okay, so hat geklappt. Ja. Hahaha. Schön. Wir sind so gut. Noch drei Punkte. Hm. Nicht schlecht. Okay. Ab in den Dino. Wiii. Ich war ein bisschen zu langsam. Nein. Nein. Wahrscheinlich so ein Maps, da kannst du doch gar kein Hole in One hinkriegen. Hm, hab's. Also nicht Hole in One, aber zwei. Eher. Okay, ich schau mal, ob ich es eh nicht schaffe. Und ich roll zurück. Ja, wahrscheinlich. Sieht ganz... Nee. Ein bisschen zu viel Schwung. Ein bisschen zu viel, ja. Schade. Sehr schade, sehr schade. Hab jetzt leider... Verarsch mich! Ich... Ich... Jetzt geh ich aus dem Spiel raus. Vergesst, ich hab keinen Bock mehr. Alter, ich bin doch von der Kante! Puste doch! Wind! 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 Hä? Ich hab so einen Scheiß zusammen gespielt. Oh Gott, wie bist du denn jetzt, wo er vier schlägt? Ja, irgendwie, ich hab mich immer dauernd zurück gespielt. Irgendwie hat der Ball andere Physiks bekommen. Meinst du, vielleicht bin ich deswegen jetzt besser? Jo. Oh nein, Zio verliert. Nein, du schaffst das bestimmt noch. Wieso hältst du zu mir? Alter, wo müssen wir hin? Weil ich dich mag. Du magst mich doch gar nicht. Doch, ich mag dich. Ja. Zinn ist ja nur wegen dir nicht real. So sieht's nämlich aus. Es ist dem so. Ja. Oh Gott, oh Gott. Knapp, aber gut. Hoch, das wär ein bisschen viel. Ups. Mach mal hier so. Wollte reichen. Probier mal, wie ich rüberkomme. Oh. Hallo. Das hier ist XXL, fällt zu rein. Oh nein. Nein. Das wär bei einer Galaktion gewesen. Leider nicht. Ja, bei mir halt ähnlich. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Schön. Schön. Schönes Ding. Ja, schönes Ding. Beide fünf gebraucht. Schau her. Oh. Oh. Sieht voll schön aus, gell. Obwohl die Grafik... Die Löcher sind hier generell voll schön. Obwohl die Grafik so scheiße ist. Hm. Aber es tut so nicht cool aus. Ich erkenne es nicht richtig. Aber das Piratenlevel war ziemlich geil. Ja, aber auch sehr schwer. Ja. Ich glaube wir müssen nach rein, um hoch zu treiben, kann es sein. Hm. Oh Mann. Huiiii. Ich hab schon wieder an der Kante hängen. Das gibt's nicht. Huiiii. Was machst du denn da? Huiiii. Ich weiß es nicht. Äh. Nicht rausfallen, bitte. Dankeschön. Ich glaube ich bin hier festgewirkt. Ich komm's nicht mehr raus. Oh nee, jetzt bin ich zurück. Okay. Wird zurückgesetzt, oder? Nein. Huch. Was hab ich denn jetzt hingeworfen? Hm. Das wird's ein klare Trickshot von mir. Also jetzt, jetzt äh holst du richtig auf. Meinst du? Ich bin noch nicht im Loch drinnen. Ja, aber ich bin halt wieder komplett zurückgeflogen. Wow. Fickst du hin? Ja, ich hab's irgendwie nicht äh. Ah, du hast eine blöde Stelle hier auch, gell? Ja, ich werd einfach ein Stückchen weiter raus und dann... Flop. Juhu. Und jetzt zeig ich dir, was eben passiert ist bei mir. Ja. Gas geben, dann rutschst du. Genau, rutschst du. Hey, jetzt hat das gemacht. Eben hat das halt, äh, nicht gemacht, sondern ich hab zurückgestoßen worden. Ganz am Anfang. Ja, du brauchst da so ein bisschen ne Vorwärtsenergie, sonst geht's nicht. Oh, der war schön. Ah nein. Nein. Oh Gott, nein. Stopp, 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 stopp. Nein. Ah, das war... Wow. Du fliegst. Hey, rechts von dir sind so coole Ostereier. Siehst du die? Ja, da bin ich eben hingeflogen. Achso, ja. Achso, der Schei. Bin ich da jetzt wirklich gegengeknallt bevor... Was soll das denn jetzt? Das ist echt komisch. Da hatte ich grad voll Glück. Ich hatte echt Glück. Ich bin nämlich auf einen Schlag bei beiden hoch sogar. Nee, ich nicht. Aber das ist jetzt smooth gewesen. Zitat Zeo, ich bin noch nicht im Loch drinnen. Okay. Also Leute, ihr müsst wissen, normalerweise weiß ich das. So. Hä? Müssen wir da drüber? Ich habe keine verfickte Ahnung. Äh, ich trau mich gar nicht. Aber ich seh da rechts... Bongo! Was ist das bei dir? War das falsch oder richtig? Äh, ich weiß das nicht. Ich hab keine Art... Äh, keine Ahnung. Okay, okay. Wir müssen da drüber. Über das ganz glatt drüber, oder was? Über das ganz glatt drüber. Okay, Moment. Jetzt ist schon wieder die... Die... Oh Mann! Hilfe! Bist du auch rausgeflogen? Ja. Oh nein, jetzt wieder sowas, wo man nicht bestimmen kann, ob man runterfällt oder nicht. Weiß blöde... Diese Grippe haut mich daun aus der Bahn raus. Ich mach mal so. Grippe? Du bist krank? Nein, nein, diese... Diese... Diese Rippen. Dieses G-Rippe, okay. G-Rippe. Ich dachte schon. Die Rippen. Der Rippel. Messen... Soaaa... Komm schon, komm schon! Noch ein Stück! Oh nöööööööööööööööööööööööööööööö what the extra- Du schaff das nicht weil du schlecht bist und so... Aber ich bin doch schon drin. Was ist denn heute los mit dir? Du wirst ja gar nicht mit vorn. Uywie, ich weiß auch nicht was los ist... Aber, du bist... Wir müssen... wir müssen wieder viel öfter miteinander spielen. Andachsesta ist... Ist, 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 ist halt schon spannend im Tage, weil sonst hole ich die immer mega ab... Äh... Äh, wär, ziehe ich mal von dir voll ab, so. Nein, oh Gott. Das ist ja fies. Das ist ja richtig fies. Findest du? Ja, dass das so schief ist. So ein bisschen billiert jetzt. Ach, schade hängen geblieben. Aber passt schon. Wo müssen wir dann hin? Das ist eine ganz schöne Route. Darf ich runter? Ich darf runter. Ja, ja. Ich sehe, wo wir hin müssen. Boah, war das wieder knapp. Ach, schade. Nein, oh, was soll das denn? So. Hallo. Hallo. Das gibt's doch nicht. Genau 7-7. Ja. Aber eigentlich, ein Schuss war echt unnötig bei mir wieder. Wow. Oh mein Gott, siehst du die? Ja. Äh. Go. Boah. Boom. Ich hab es nicht drauf gelandet, ich schon. Wo aufgelandet? Auf dem, äh, da ist so ein, so ein kleines Hügelding. Da hinten. Alter, bleib wieder hängen. Da hab ich drauf gelandet. Frisst die einen? Oder ist die aber nur Design? Ich hoffe, die ist nur Design. Ich denke, dass die auch nur Design ist. Also ich würde mich wundern, wenn es so geil programmiert ist, dass die wirklich was essen kann. Wir hätten das auch vier Schläge gebraucht, oder? Fünf. Fünf sogar, okay. Okay. Es bleibt spannend. Hast du meine Punktezahlen? Was, was, was? Mhm. Wow. Oh, das ist so cool. Also ich würde sagen Vollgas, oder? Ja, einfach mal probieren, was passiert. Ja. Alter, was geht hier ab? Ah, nein! Das ist zu viel. Hä? Okay, dann halt ein bisschen weniger. Hält mich? Ja, ganz am Anfang wieder. Achso, okay, ja. Ja, weil die Perspektive bei mir immer so ein bisschen. Wow, das ist krass gerade. Ja, wie nice. Machen wir mal so. Wow, okay, und jetzt? Jetzt reicht's aber, oder? Okay. Ja, Vollgas ist ein bisschen zu krass. Ich bin hängen geblieben und deswegen passt das jetzt für mich gut. Okay. Hi. Hallo. Ah, schade. Oh. Ah, nee, nee, nee. Hm. Oh nein. Mit wem redest du? Da ist das Linde Cat. Das ist Linde Cat. Hi, ich bin Linde Cat. Wie ihr am Namen schon sehen könnt, mag die Frau sehr gerne Hunde. Ach, da gehst du dann eigentlich andersrum. Ja, das ist aber wieder super geil. Hätte man das vorher gewusst, gell? Ja, das Problem... Oh Gott, was ist das denn? Das Problem ist nicht, dass ich Hunde mag oder nicht mag. Hunde hassen mich einfach. Echt? Hm. Egal, was ich tue, die hassen mich. Deswegen mag ich dich auch nicht, weil ich bin ja ein Hund. Du bist also ein Hund. Ich bin ein Hund. Miau. Stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. Ach, schade. Hat er, ah, Gott, wird wieder so ein Zeo-Lach-Moment. Tja. Da hat er nicht. Äh, vier, fünf. Ich hab einen Punkt aufgeholt. Das ist richtig spannend. Okay, es ist voll, voll eng. Es ist voll eng. Oh Gott, was machst du denn? Oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin schon mal... Was schon krass ist, ich will Golf spielen, um mich zu entspannen. Stattdessen pocht mein Herz bis zum Hals. Ja, weil das so knapp ist diesmal. Ja. Sonst spielst du das ja, um zu entspannen, weil ich so schlecht bin. Aber irgendwie, ich kapier gerade die Route gar nicht hier. Wo müsst ihr überhaupt hin? Oh Gott, nein. Da rechts irgendwo. Ich hab's gesehen, ja. Das war kackig, doch wieder sechsmal oder so. Oh nö, was ist das denn? Das war zu weit. Ah, bei mir auch, ja. Heh, heh, eng. So, und? Oh, das war zu wenig. Das war sehr gut. Oh, das war viel zu wenig. Haha, schlecht. Superschlecht. Ho, ho, ho. Was ist das denn? Wie schlecht bist du denn? Ich geh schon mal auf. Ja, mach halt so nicht ganz... Ach, die Dinger schubsen dich ein bisschen an. Kann das sein? Kann sein, ja. Du musst auch richtig mit loslassen. Mach nicht ganz voll einfach. Ich war jetzt nur in dreien, ne? Das sah gut aus. Einen Schub pumpst du drinnen. Ja, ich werde das eh nicht schaffen. Das ist jetzt wieder mein... Oh Gott. Sogar mit Schluss, man darf ja nicht mehr haben. Jetzt bist du wieder vor mir, nein. Du musstest gerade mein Grinsen sehen. Ich bin gerade richtig glücklich. Das glaube ich dir. Das freut mich aber, wenn ich dich glücklich machen kann. Ich will auch durch. Ehrlich? Der war schön. Okay. Mhm. Bist du schon drinnen? Nee. Aber jetzt. Okay. Das schaffst du aber genauso wie ich oder mit einem weniger. Nee. Ah, leider nicht. Rutscht dann doch wieder raus. Bisschen zu viel. Hm. Karacho. Na gut. 4-4. Zwei Punkte. Zwei Punkte zum Sieg. Und zwei Löcher noch vor uns. Die gestopft werden müssen. Aha, aha. Äh. Prr. Keine Ahnung. Einfach mal go? Ja, gell. Okay, nein, es ist nicht einfach mal go. Hä? Wow. Ah, da hinten? Ja, okay. Hui. Oh mein Gott. Ja, gell. Du bist besser als ich dran. Nee, ja, genau. Ich rolle nicht vorbei. Äh, bada. Ah. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott. Zeo, das ist so cool. Ich weiß, dass das cool ist. Ich habe es leider schon gesehen, aber konnte es nicht spielen. So, und jetzt geht es los. Juhu, hör auf zu hubsen. Ich stelle dir das mal in VR vor. Wow, da wird einer echt schwindig werden, glaube ich. Gibt es ja in VR, gell, das Spiel. Vielleicht roll ich sogar rein. Nein, nein. Ich glaube, das gibt es nicht in VR. Nein, okay. Wäre aber schon cool. Wäre schon sehr cool, ja. Sephoris gibt es in VR, habe ich gesehen. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Und du hast ja viel mehr Schläge geworfen als ich. Du bist jetzt hier dahinter mir. Nein, echt. Hm. Einen, einen. Einen. Einen mehr. Was schon übertreibt du voll das? Ja, du hast drei Schläge mehr gebraucht, deswegen. Gibt es eine Vermutung? Also gehe ich mal so. Boing. Ja. Voll gegen den Schritt. Ja, ich nicht. Na, klasse. Ich habe richtig vermutet. Das entscheidet das jetzt, ne? Ja, bitte, hör auf. Ich bin so gespannt gerade. Ich auch. Na, ich bin... Ich gehe gerade richtig vorsichtig vor, damit es funktioniert. Ja, ja, aber vorsichtig ist in dem Fall gar nicht mal so gut. Ich hätte ein bisschen mehr Power machen müssen eigentlich. Okay, ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber das... Oh mein Gott, das wird gerade richtig schnell. Ja. Ich bin drin jetzt. Scheiße. Nein, das schaffe ich nicht. Ein Schuss noch? Es gibt's nicht! Wuhu! Nein, Alter! Das letzte Level, das letzte Level. Und wir... Wow. Gleichstand. Schade. Gleichstand. Ich habe gedacht, dass einer gewinnt. Gleichstand ist echt... Aber das ist erstaunlich. Aber es gibt noch verschiedene Modi. Wir könnten doch einen anderen Modus spielen, um den Sieger zu ermitteln. Machen wir Hockey mal, ja. Ja, okay. Ja, wir kommen im Forest. Da waren wir ja schon mal als allererstes mal da gespielt, gell? Hm. Die Welt ist wunderschön. Die Grafik ist gigantisch. Und wir gucken noch drei Jahre... Wieso musst du lange diese Welt angucken? Weil du nicht drinnen bist, oder was? Ne, ne, ich gucke mir auch schon die ganze Zeit in die Welt an. Ach so, okay. Ah, jetzt, jetzt. Oh, wir haben Pugs! Geil! Das ist ja richtig cool! Und da ist ein Hockey-Spieler, die... Oh, wie cool ist das denn? Das ist voll süß, gell? Und die Physik ist komplett... Ah, und der denkt dann... Ja, total. Und der lässt mich nicht rein. Oh, wie cool ist das? Geh hast ihn weg, du Idiot. Ist leidenvoll. Ja, total. Ist voll schlimm. Tor! Wie ich noch zurückpralle. Ah! Nein! Schlecht. Rein mit dir. Komm rein. Lynn, komm rein. Oh, schön. Voll das Gingerbread-Männchen, ey. Das ist grad für dich sogar gar nicht schlecht, weil dann... Oh nein. Hole in one! Ich bin so stolz auf dich. Schön. Die erste Welt ist voll einfach, gell? Guck mal, die waren dann so voll chillig. Das ist man gar nicht mehr gewöhnt. Weißt du, weil alles andere immer so schwierig war, wenn wir es gespielt haben? Die haben voll die kranken Levels gehabt eigentlich, normalerweise. Meine Fresse, ist das ein Scheiß. So. Aber es ist echt krass, wie viel die sliden, ne? Und man hüpft nicht mehr so. Ich kann das nicht. Ich bin da einfach, weißt du, slow gegen einen sich nicht bewegenden Gingerbread-Man. Schon wieder dagegen? Hm. Hä-ha, ich bin drinnen. Hä, du warst bei mir richtig dagegen. Bei mir auch, paar Mal schon. Wir haben halt diese Verzögerung halt eben. Oh Gott. Geht das? Hole in one! Ich auch. Schön. Das ist eine gute Welt gewesen. Ja. Ja. Äh, okay. Ich sehe gerade, kann es sein, dass Linz schon mit jedem von deinem Discord geschrieben hat? Nein. Auf dem Discord sind, wie viele Leute? Entweder 1.000 oder 9.000. Eins von beidem ist auf jeden Fall sehr viel. Was? Ich glaube 1.000. Wie? 1.700 oder so. Wir haben 1.700 User beim Discord drin? Ich glaube, oder 900. Könnte auch sein. 900. Könnte auch sein. Es sind aber viele. Das ist aber ganz schön ein Unterschied in der Zahl. Warum weißt du das nicht? Ja, weil ich Hole in one! Sehr viele, sehr viele Discords model. Ah, okay. Nein! Ich weiß nicht, Linz. Ich habe das Gefühl, dein Puck ist nicht ganz so geschmeidig wie meiner. Na, du solltest mir mal helfen, das zu trainieren. Oh, das würde ich sehr gerne. Wer ist die Frau? Ich bin die Frau. Hi, mein Name ist Linz. Ich kann dir gerne ein bisschen Hilfestellung geben, wenn du möchtest. Ah, das klingt ziemlich gut. So. Oh, ich cheate jetzt voll. Seid ins Tor rein? Ich komme so schräg ins Tor rein, ja. Das ist doch vollkommen okay. Das macht beim Sport ja genauso. Das sind die besten Tore, seitlich rein. Ach so? Mhm. Also du stehst also auf seitlich rein? Ich bin einfach schlimmer als deine Zuschauer. Ja, ja. Das bist du. Das ist voll im Eure Tor. Weißt du, wie wir aussehen? Was? Wie diese Magnesium-Auflöst-Tabletten. Ja, oder generell Aspirin oder Tablette sowieso. Und du bist rosa, aber du bist so eine Kindertablette. Ja. Und du bist blau. Für Jungs, ja. Aha. Ach so, ich bin Viagra, gell? Ja. Warum weißt du, dass Viagra blau ist? Bin ich schon in dem Alter. So. Ha, ich hatte Holouren. Ich leider nicht. Ja! Wie ich da mal volle Möhre reinziehe. Jetzt steht da ja, das bist du, denn ich weiß nicht, worum es geht. Hä? Ach so, ich muss da durch, gell? Das glaube ich kenne ich von damals noch. Ja, das hast du das letzte Mal richtig gut geschafft und ich gar nicht. Ja, du bist, äh, warst du nicht so der, der Krik. Nee. Ah, dieser scheiß Torwart. Das Ding hat mich einfach zurückgewegt. Ich lasse mich jetzt einfach von dem Ding mitnehmen. Ja. War das du jetzt einfach, oder was? Hör. Gut gemacht. Bin ich bei dir auch gerade dadurch geflogen? Nee. Hm. Strange. Ich glaube, du kennst einfach nur noch die Regeln von Golf. Mit Pucks. Mit Pucks, ja. Das werden wir das letzte Mal schon so gemacht. Ich wollte gerade sagen, dieses Mal wieder. Alter, ich stehe wie eine Münze. Also, nicht wie eine Münze. Ich stehe. Ah, cool. Warum stehe ich? Keine Ahnung, kann ich dich umschubsen? Ich glaube, das ist ein Bug. Oh mein Gott, jetzt gehst du aber als Münze weiter, wie cool das war. Also Leute, falls, ja, das ist voll komisch, gell? Also, falls ja mal... Und drin. Ja, ich auch. Also, falls ja mal, keine Ahnung, Zahl oder Kopf spielt, es kann passieren, was Seite ist. Also, es kann passieren, wie man hier sieht. Auf der Seite landen. Also, das ist hier physikalisch gut gemacht, ne? Das ist ja alles vollständig. Ich rutsche wieder zurück, das nervt. Lin, du... Du spielst wie... Wie ein Mädchen. Das ist okay, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Oh Mann, jetzt habe ich... ...grad dir einen Punkt geschenkt. Also, mir einen Punkt abgezogen, sozusagen. Aber ich bin einfach keinen Meter gefahren. So, Boy. Ja! Nein! Aber noch drei Punkte. Das hat mega Übersteuerung. Die Rutsche, gell? Ja, die Rutsche! Ich mache ohne. Oh, schade. Ich bin nett. Ich bin besser gewesen. Ich rutsche gerade voll raus. Okay. Okay, ich bin dran Wie du mal so voll sanft ins Tor rein Oder bin ich? Wie cool Wie du voll sanft ins Tor reingleitest, das ist immer voll süß Boah, Alter, was war das hier nochmal? Einfach aufs Ding ist drauf und go Boing Ja, so viel dazu Hat sich rausgehauen? Ja Nämlich nicht Und jetzt seid ich Also bei mir klappt das irgendwie nicht mit den Dingern Ja, dann nimm ohne die Dinger Ich falle mal raus Oh Gott Oh cool, oh cool, das hat man schön gemacht Doppelboing Und jetzt seid ich vorbei Sehr schön Er hat Komm zu mir Ja Und zwar volle Gas Boing Wie ich immer reinschieße War fertig für beide Ja Cool Freu mich Ach, das war das schreckliche Oh nein Das war scheiße, gell Das war man oben musste, ja Oh Gott Ich bin grad echt überrascht, wie souverän ich das grad gemacht hab Ich find das grad fast angenehmer mit den Pucks als mit den Goldbällen, ich weiß nicht Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, mich nervt's auch irgendein Oh Gott, nein Der Scheiß Mhm Ich kann verstehen, dass ich, das ist so ein bisschen, als würden die, wie bei Airhockey, ne? Als würden die auf Luft Ja, ja Ja Airhockey ist auch so ein geiles Spiel Ja Da barrt einfach jeder noch mega drauf und alle fuchteln rum mit dem Ding, keiner hat ne Technik So, okay Aber wir müssen einfach mal so ein, so ein Airhockey Billiard, was haben wir noch zusammengespielt? Mini Golf, also so Clone and Dark Mini Golf Tag, Abend machen Und Real Life meinst du jetzt? Ja, ja Müssen generell mal Real Life was machen, find ich Ja, auf jeden Fall Wahrscheinlich, wenn du mich das erste Mal siehst, sagst du Hä? Ich hab mich dich viel größer vorgestellt, du bist ja voll der kleine Mann Äh, ich bin 1,60 Meter also Das ist scheißegal, standen von mir schon neunjährige Mädels, die meinten Bist du voll klein? Ehrlich? Ich dachte, du bist voll der größte Mann Ja, wie bist du denn? Ich bin ganz normal 1,80 oder 1,82, also nicht groß, aber auch nicht klein So sagst du, das passt schon Oh nein, guck dir das an, was ist heute? Warum sind da so viele von diesen Septen, ist ja übel Ah, 101 Oh nein Boah, das ist damals krass, weißt du noch Ja, wie lange wir da gebraucht haben Warst du schon drinnen und ich hab dann drei Jahre noch gebraucht, aber war auch sehr schön gerade Ja, ich bin nur noch frei hinten Aber das letzte Loch Oh Gott, nicht der Scheiß Achso, an die Leute, die sich wundern, warum immer noch in Real Life im Game steht Ich konnte es eben nicht ändern, weil Twitch schon wieder seine Tage hat oder so Hallo Nein, nein, stopp, stopp Yeah Warum bist du so viel besser als ich? Weil ich ein Mann bin und ich kann Sport Achso So viel dazu Okay, Leute, wir haben 54 Punkte gewonnen dieses Mal Errungenschaft freigeschalten, schön Dankeschön fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mich beim Gewinnen zu beobachten Nee, das war echt krass, dieses Mal war es viel spannender Ja Also viel, viel, viel spannender Oh, wirklich, wirklich, war sehr cool Ja, hat Spaß gemacht Finde ich sau cool Euch noch einen superschönen Tag Ich hoffe, es hat Spaß gemacht Und dann, ähm, bis dann Ciao, ciao Ciao Du hast Tschüss gesagt, finde ich gut So, dann bis dann